Musik Heute gibt's kunterbunte Eisgelanden zur Gartendeko. Ihr braucht Wasser, Plakat- oder Lebensmittelfarbe, Sandförmchen, kleine Stöcke und eine Schnur. Musik Rührt die Farbe in das Wasser und befüllt die Förmchen mit dem bunten Wasser. Jeweils könnt ihr dann ein Stöckchen reinstellen und danach geht's ab in die Kälte nach draußen zum Gefrieren. Es dauert gar nicht lang und das Wasser ist gefroren. Drückt vorsichtig die Figuren aus den Förmchen und durch das Loch, das durch das Stöckchen entstanden ist, zieht ihr eine Schnur. Dann könnt ihr alle Figuren an einem langen Stock aufhängen. Oder ihr probiert das Ganze mit einem Muffin-Backblech und lasst die Schnur gleich mit eingefrieren. Die Deko ist fertig und ihr seid jetzt so richtig in Partystimmung? Prima, dann baut doch draußen eine Schneebar und serviert leckeren Tee oder Punsch. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!